Hey, herzlich willkommen zurück bei SSN Street 3 und bei Connor natürlich. Jetzt wollen wir mal hier in die Kneipe gehen, gucken was uns da erwartet. Es meint wenig schöne Musik, das ist ja der Wahnsinn. Brauchst du was Süßes? Nein. Ach, Rüppel. Aufpassen. Süß, sagte er, verlässt das Land. Ich dachte, er übertreibt nur... ...wohl nicht. Vielen Dank. Schön sitzen bleiben. So, jetzt wollen wir hier mal raus, oder? So. Klommen uns das Pferd. Und jetzt geht's ab. Wie weit ist denn das? Ach, guck mal, ist ja... Ach, warte mal. Hier, brauche ich kein Pferd. Gehen zum Hafenmeister? Ach, geht nicht. Toll. Ach, dann halt nicht, dann halt ohne Schnellreise. Reiten wir da eben mal kein. Ist ja nicht ganz so weit. Aus dem Weg. Halt die Klappe. Kleinen Schwenker nach rechts. Nach links. Bla, 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 bla. So, bin ich hier richtig? Hier bin ich richtig. Ich muss da mal durch. Vorsicht. Vorsichtig. Bin ich, äh, bin ich hier überhaupt richtig? Nein, natürlich nicht. Ich bin auf dem falschen Steg. Ach, das ist mir, ich... Das ist mir zu blöd. So, ich geh hier hoch. So. Ja, warum wir schwimmen? Na, jetzt sind wir doch schon da. Brauche ich den ganzen Scheiß, will ich nicht reiten. So. Wollen wir hier hoch. Weg. Ach, geh doch. Ja, ja. Lass mich in Ruhe. Oh, weg da. Da, da, da war was. Da ist Schatz. Oh, Mist da. Mist da, Mist da, wo bist du? Aus dem Weg. Das bringt dir auch nichts. Ja. Ja. Weg da. Weg da. Ah, das war vielleicht nicht ganz so klug. Ja, siehst du, das war nicht ganz so klug. Ja. Ja, weg. Scheiße. Ach, kacke. So. Wie ist denn hier kein... Oh, ja, super. Oh, genial. Klasse. Weg da. Oh mein Gott, hau da ab, man. Ey, wie soll meine da unter 50 bleiben? Verstehe ich nicht ganz. Halt die Klappe. Oh, ab. Nein, ist klar. Hat der Gott gesagt, ich kann hier nicht rein? Warte, warte, warte. Ey, Charles. Oh mein Gott. Ey. Kein Schaden durch das... Super. Wo soll ich denn dann hin? Da hoch oder was? Hä? Äh, was... Hä? Ach, da hoch muss ich. Ja, super. Äh. Ah, okay. Okay, 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 okay. Noch höher. Höher, vielleicht. Nein. Ah, okay. Muss man mir auch sagen. Wo muss ich denn jetzt lang? Darüber oder was? Was machst du da? Connor, Connor, was tust du? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Darf ich jetzt den ganzen Weg wieder rennen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Gott. Och ey. Meine... Och ey, ich... Das ist... Ach, er fällt wieder. Okay, 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 okay. Das sieht gar nicht schlecht aus gerade. Nichts Feuer. Okay. Hopp. Ich bin aber auch ein krankes Schwein. Alter. Hopp. Hopp. Ah, okay. Ha. Ja, vorsichtig. Alter. Was ist... Was... 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 Was war der da? Oh mein Gott. Alter Vater. Geh doch weg da. Ja, ja, halt die Klappe. Weg da. Weg da. Weg da. Weg da. Alter. Lauf, Forrest. Lauf. Alter. Weg da. Oh. Da kannst du nicht rein. Nein. Es gab ein Unfall. Ja. Oh, Connor. Ey, ey, sag mal, bist du... Ey, das... Das, das, das regt mich auf. Das kann doch nicht sein. Alter. Ich war... Da... Da war... Oh. Alter Schwede. Alter, ich mach dir gleich die Hölle heiß, mein Freund. Mein Gott. Ich muss einfach am Anfang immer mal so ein paar Sekunden stehen bleiben. Dann, äh, treffen mich die Fässer auch nicht. Dann kann ich ganz normal durchlaufen. Weg da. Bin immer sehr gespannt, ob wir den jetzt gleich noch klein kriegen. Weil so langsam geht der mir ein bisschen auf die Eier. Nein, ist klar. Ach, hau doch ab. Oh mein Gott. Alter, ich glaub, der hat grad Bastard zu mir gesagt, wenn ich mir nicht verhört hab. Ey, glaub ich spinne. Der tickt ja auch nicht ganz frisch. Halt die Klappe. Alter. Hopp. So. Hopp. 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 Ja, Connor. Rüber. Hopp. Oh, er verkackt's wieder. Ey, ich werd bescheuert. Ah, jetzt kann ich unten lang. Alter Connor. Na, ob das war ja suboptimal. Ey, Connor, was machst du denn da? Alter Schwede. Dran vorbei. Dran vorbei. Und jetzt, alle hopp. So, Charles. Okay. 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 Du wirfst uns nieder. Wir stehen auf. Du durchkreuzt einen Plan, wir schmieden neue. Du strengst dich an, aber es endet immer gleich. Die, die dich kennen, halten dich für irre. Und zwar deswegen. Auch die, die du retten wolltest, wenden sich nun von dir ab. Und doch kämpfst du. Widersetz dich. Warum? Warum? Weil es sonst niemand tut. Batsch. Da stehst du schon auf, Connor. Wir haben aber ein bisschen was zu tun jetzt. Komm schon. Blut ist ein bisschen, naja, nu. Mein Gott. Stell dich nicht so an. Wo müssen wir denn hin? Da hinten. Ich würde gerne schneller, aber ich kann nicht. Er geht auch hier nicht hoch. Er wird leicht an dem Tee ab. So laufe ich auch, wenn ich besoffen bin. Ja, vielleicht nicht ganz so gerade. Oh mein Gott, Connor. Komm schon. Ja, endlich. Die Jagd auf Lee. 18 Mal habe ich es geschafft, alles richtig zu machen. Einmal verkackis. Verdammt. 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 Ja, was ist jetzt los hier? Da, 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 da. Mhm. Was ist denn jetzt los? Ey, das ist doch... Du willst mich doch verarschen, oder? Alter, du kannst überhaupt nicht gerade gehen. Was, 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 was ist denn jetzt Phase? Soll ich da hoch, oder was? Alter. Ey, lauf doch noch ein bisschen langsamer. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich laufe jetzt noch bis zur Tür. Und dann... Oh mein Gott. Alter Schwede. Endlich. Und jetzt... Es ist schon wieder Zeit. Würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder? Gar nicht wahr? Übermorgen. Mein Gott, was labere ich denn immer für eine Kacke? Übermorgen. Vielen Dank fürs, äh, Zuschauen. Macht's Gott. Ciao.